Hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen und großen schrecklichen Wesen zu, jetzt bin ich total durcheinander gekommen, zu die Angst der Tagesdämmerung. Ja, wir sind hier beim, Folge 3, äh, wir sind hier beim Speicherraum, beim Easter Egg Speicherraum, können die das einfach so übernehmen, 1 zu 1, ich weiß nicht so recht, oh, stimmt, cool gemacht, eine Schuss und 5, okay. Na gut, ich hab mal nachgeguckt, ich bin jetzt 14 mal insgesamt gestorben. Gut, dann gehen wir mal nach oben, ne. Was zum Fick, habt ihr das gesehen? Das will ich aber nochmal sehen, so. So, jetzt guck mal. Tada, hä? Geht das Licht erst an, oder was ist denn da los? Mit 28 Schuss, das reicht, ja. Ja, ja, das sah schon mal gut aus, ne. War das Schlüssel genimmt, aber wer ist das? Who is that? Ah, ja. Na gut. Slowbo. Hoch mit uns, ne? Wir haben ja, wir haben ja den Schlüssel zu einem Schlafzimmer, wir brauchen ja diesen Finger, ne. Also, einen Fingerprock. So. alltid sch wakeボ Christmas. Huh? SjB1 1 2 3 1 3 Headshot! Mein zweiter Headshot. Oh nein! Yay! Warum ist das einfach mal so laut? Das bringt glaube ich gar nichts. Gar nichts bringt das. Schon wieder falsch. Nein! So. Oh! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh die Leiche ist weg. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ich habe ja noch einen Schlüssel zum Schlafzimmer näher, aber wo ist der denn? Gesundheit! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Der sieht nicht so gut aus, ne? Uncle William, hm. Oh. Yay! Finger! Hm. Der Zeigefinger eines Verwandten. Oh, dann raus mit uns, ne? Eine Stunde hab ich noch etwa. Hm. Okay, eine Stunde dreißig. Oder zwanzig. Hey. Hätte das? Mal verglänzt sogar. Oh. Da, 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 da. Auch die Schrockblinde? Ja. Cool. Nicht scheiße. Leck ein Herz. Oh, shit. Ist das das Ende? Äh. Äh. Warte mal, hier ist eine Kerze, ne? Eine Kerze, aha. Ich guck mir das mal an mit der, ähm, im Schlafzimmer da noch. Da, 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 da Und hier waren ja die anderen, ne? Oh, scheiße. Aber im Keller ein Schlafzimmer ist schon... das wäre schon ein bisschen seltsam. Ahhhhhhhhhh. Aha. Ein Schlüssel, mit dem Schlüssel oder so. Heftig. 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 Hm. Dann warten wir mal bis der kommt. Ah. Schnell wieder rein. Ich bin jetzt hier. da ist auch leider nichts um geht das nicht ja so okay das spiel oder Hallo? Oben! Na gut. Hallo? Moment, der ist falsch, ne? Da ist er oben. Weißt du was? Ich mach da selber. Keine Ahnung was jetzt kommt, aber... Speichert ist eh. Du hast genommen Herz. Oh shit, hinabsteigen. Uh 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 uh. Jetzt vielleicht abspeichern. Oh, Moment, Moment. Ich gehe gleich nochmal. Oh shit. Oh shit. Fuck, wie tief geht das denn jetzt? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt kommt was. Oma? Ah, so sehen wir aus. Hallo. Hallo, mein Junge. Du bist hier. Wir haben uns so gefreut, dich zu sehen, wie groß du schon bist. Oma, ich weiß nicht, was los ist. Das ist ein Abtraum. Ich, ich, mein armer Junge. Oma, mach dir keine Sorgen. Nichts wird passieren. Alles wird gut. Jessica wird es richten. Oma, Jessica ist tot. Mein kleiner, unschuldiger Junge, sie ist nicht tot. Ich habe gerade mit dir gesprochen. Ich habe dir schon gesagt, dass wir uns wirklich auf dich gefreut haben. Oma, sie ist tot, deshalb bin ich gekommen. Nein. Es war nur notwendig, dass du glaubst. Es war nur notwendig, dass du hierher kommst. Wir brauchen dich hier. Nur so kann es enden. Was willst du damit sagen? Jessica ist hier? Natürlich, mein Junge. Sie haben versucht, sie in der Nervenheileinstalt einzusperren, aber diese Frau ist sehr schlau. Zu schlau für diese Quacksalber. Sie hat alle getäuscht. Sie ließ sie glauben, dass sie über den Tod des Kleinen hinwegkommen kann. Aber wie kann sie jemals darüber hinwegkommen? Und wie konnte sie vergessen, dass du überlebt und sie dann verlassen hast? Du hast sie dort gelassen, eingesperrt, um sie zu verrotten. Um zu verrotten. Du hast sie zurückgelassen. Du hast uns alle zurückgelassen. Oma, ich konnte nicht hierbleiben. Ich konnte es nicht ertragen. Schon gut, mein Junge. Es ist nichts passiert. Jetzt ist alles in Ordnung. Du bist hier und alles wird sich regeln. Regeln? Was wird sich der Tod des Herrn und des Kleinen, Max natürlich. Wir brauchen nur dich. Wir brauchen dein Blut. Eigentlich wollten wir das gar nicht. Wir haben es mit anderen Menschen versucht. Aber am Ende hat Jessica verstanden. Nur der Saft des selben Baumes kann sie wieder zum Leben erwecken. Mein Blut? Oma, du bist verrückt. Ihr seid alle verrückt geworden. Ich muss hier raus. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, mein Junge. Scheiße ist die schnell. Am besten schießen, wenn die Na, super. Nein, super. Nein, super. Aha. Huh? Ah, lupa Hm. Oh, my. Oh, my. Scheiße, die ist auch schnell, man. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie ich die erledigen kann. Ehm, wie hat es nicht so funktioniert, ne, so wie ich es haben wollte. Gut, dass die Gespräche dabei, sonst wäre ich wieder gestorben. Gestorben, sage ich nur. Für ein Schlafzimmer, ja, das ist ja toll. Da gab es auch nirgends, nirgends was zum Anklicken, ne? Oh, 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 oh. Das Herz, welches das Gewissen und Moral repräsentiert Anubis, zog auf magische Weise das Herz heraus und legte auf eine der beiden Schalen. Ach, Mann. Na gut. Wenn du stirbst, musst du dein Herz wiegen lassen. Das Urteil von Osiris erwartet dich. Der Geist des Verstorbenen wird von Anubis vor das Gericht von Osiris geleitet. Anubis wird das Herz herausziehen und auf die Waage legen, die von der Feder der Mart ausgeglichen wird. Aha, bedeutet, zurück zum Kala-Kala-Kala-Kala-Kala. Ja. Hm? Schau mal da. Hm, wo war denn das nochmal hier, ne? Das ist ja nicht. Puh, nein, ach! Korte 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 Korte? Korte 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 Korte? Hände. Korte Korte Korte? Untertitelung. BR 2018 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 Beheh, beheh. ja da kommen wir ja hä wo läuft die denn hin scheiße ja so far hey alles okay Wieso kann ich nicht nachladen, ich verstehe das nicht. 3.5 4.5 4.5 4.5 6.5 5.5 5.5 Ich bin gerade krass an Silent Hill erinnert und das merke ich jetzt jetzt... Ah, Mann, Mann. Ah! Ja, super, wo ist denn noch einer? Ah! 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 Ja, super, zu langsam. Hä? Ach nö, sag bloß, ich kann das immer nur einmal aktivieren. Dann versuch ich gleich nochmal. Ich guck mal kurz. Ja. Scheiße. Scheiße. Hm. Jo, das hände mich schon als ein Töch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habe ich das wirklich nicht aufgeschrieben mit denen? Ohne was verschlossenes? Das kann doch nicht sein. Hm. Oh nein. oder kann ja sein, dass hier war das da oben, oder wo war das nochmal aber da sind diese ganzen Scheiß äh, war das hier? ach du Scheiß kann ich den hier aber rausweichen nein neiiiiiiiin auch wieder tot fuck Weiß eh jetzt, dann sag ich mal bis zur nächsten Folge von Angst vor der Tagesdämmerung. Scheiße.